Ja, hallo Leute und willkommen zu einem kleinen, ähm, Geburtstagsvideo für einen, für einen Kollegen, besser, besser gesagt, für einen sehr, sehr guten Freund von mir, ähm, ihr kennt den alle, ihr wisst, wer es ist, und ich hab schon ein paar Mal vergessen, wann der Geburtstag hatte, ich hatte denn, ich hatte nämlich am 21. auf Twitter geschrieben, herzlichen Glückwunsch an TheDecol10, und da hat er mir geschrieben, äh, ich hab schon wieder meinen Geburtstags vergessen, ja, ähm, er hat eigentlich heute Geburtstag, am 25., haben wir den 25., ja, wir haben den 25., ich bin so am 25. auf, ich muss gleich auch noch was Neues aufnehmen, also, das neue Projekt, was dann Montag, also morgen startet, und ja, wir sehen, ich simuliere euch jetzt mal selber das Match, oder spiele für euch das Match, Shawn Michaels gegen Triple H, dann, der ist einer der Lieblingsfäden von TheDecol, und ja, ich werde einfach mal über die ganze Zeit mit ihm reden, also, was wir alles gemacht haben, und so weiter, und, ja, Shawn Michaels gegen Triple H, werdet ihr ja nur im Hintergrund sehen, als so kleines Gameplay, wo fang ich denn mal an, ich fang einfach mal, ähm, ja, letztes Jahr, am 25.01. hatte er ja ein, auch ein, selbst ein Geburtstagsvideo hochgeladen, wo er gesagt hat, ja, dass er Geburtstag hat, und so weiter, und, ja, was für Projekte hatten wir gemacht, wir hatten Helly Ringe gemacht, was nicht mehr kommt, wir hatten No Mercy gemacht, was nicht mehr kommt, weil ich glaube, er hat keinen Bock mehr darauf, aber, aber, keine Angst, ähm, ich werde, ich werde, hier kommt No Mercy nochmal neu spielen, also, ganz neu, ich werde dann die Women's Championship Parts, ähm, nochmal löschen, und dann werden wir einfach mit der Tag Team Storyline anfangen, denn ich weiß schon, mit wem ich's machen werde, aber ich weiß nicht, wann wir das machen, also, da steht noch nix fest, aber, den solltet ihr auch, glaube ich, kennen, ja, halt, dann hatten wir noch das GM Mode Projekt gemacht, wo wir dann einfach, beide vergessen hatten, unsere Superstars einfach, ähm, den Vertrag zu verlängern, und, ja, da hatten wir dann einfach zu wenige Superstars, und mussten wir es dann auch beenden, und so kamen wir dann halt auf die Idee, das WW2K14, ähm, um ein Universe Mode Projekt zu machen, da, ja, ich hatte ja ein Stoff, also, 1.0, zu hervor zum Universe Mode Projekt, wo er dann bei WrestleMania auch nochmal kommentierte, mitkommentierte, ähm, und dann, ja, da hatten wir dann die WW2K14, die FDW gemacht, hielt bis zu einem Paperview, warum nur bis zu einem Paperview, weil halt die Call nicht so viel Zeit, äh, Zeit, weil er nicht so viel Zeit hatte, und, ja, dann hat sich halt mit Tornado weitergemacht, und, ja, die Geschichte kennt ihr, und dann habe ich es alleine gemacht, ähm, warum mache ich dieses Video, ähm, dieses Geburtstagsvideo für Deco, weil Deco ist einfach, ja, es ist nicht in einer, also, der, die VEG, der, die VEG? ja, der ist jetzt nicht weiter, ähm, ja, ist wirklich korrekt drauf, Deco und... man kann sagen, die gleichen Morawie, ich, haben zwar viele die ich kenne und die ich abhängen, aber ja. Keiner hört sich übern Ohren hart lustig machen. Obwohl wir da was auch nicht meinen, also da hoffentlich versteht jetzt auch, wie was meinen. Und jetzt erstmal der Pedigree. Oh nee, Shawn Michaels Contards. Trimbleich Contards. Was hatte er für Projekte gemacht? Ich werde jetzt damit auch noch so ein bisschen Werbung für ihn machen, falls er noch weitermacht mit YouTube. Ich weiß nicht, wie es im Moment mit ihm aussieht, mit YouTube und so, ob er noch Bock drauf hat. Kann er ja mal in die Kommentare schreiben, wenn ich immer davon ausdachte, die ich das Video sehen jetzt. Kannst ja mal reinschreiben, ob du noch mit YouTube weitermachen willst. Und wenn ja, dann kannst du ja mal mir per Twitter, Skype oder in die Kommentare einfach schreiben, womit du weitermachen würdest. Überhaupt da ja auch ein weiteres Together, wenn du irgendwie Bock hättest. Wer hat ja schon Bock auf dem Together mit mir? Keine Ahnung. Ja, kannst du ja einfach mal reinschreiben. Was hat er für Projekte gemacht? Er hatte das Projekt gemacht, was ich auch gemacht hatte. Also Assassin's Creed. Assassin's Creed werde ich ab Montag erstmal pausieren, dass er mal klar ist für das neue Projekt. Er hatte dann auch so ein Livestream-Projekt gemacht, Smackdown vs. Raw 2006. Und hier sehen wir erstmal die richtige Sweetie-Music von Shawn Michaels. Sohn der geht auch über Im Stückes Showcase-Mode heißt es der. Aber es ist nicht die Sweetie-Music. Egal. Ja, gut gemacht Michaels. Du lässt mich hier erstmal meine Waffe in die ich holen wollte. Ähm, ja. ja ich wollte gerade das ganze Ding was sagen was hat er noch gemacht wie schon gesagt wir hatten das Herr der Ringe Projekt gemacht wir hatten er gemacht ja er hat es auch selbst hochgeladen also wenn ihr es auf sein Kanal euch angucken wollt dann könnt ihr es ja machen ähm dann hat er ich gehe mal davon eher aus dass er eher streamen würde anstatt Videosarten zu planen würde weil ja streamen ist einfach leichter als irgendwelche Videos hochzuladen denn die muss noch bearbeiten und so weiter aber streamen da muss einfach nur ein Programm einschalten und das war's dann jetzt den Einstellungen deswegen sowohl aufzunehmen da brauchst du schon mehr Zeit für so und ich wollte hier die ganze Zeit irgendwas sagen ähm ich zeig erstmal zu Frankenstein aber nicht durch die Tür scheiße um was hat er noch gebracht ah ja Porto Porto hat er gebracht das habe ich das war einer der Projekte die ich aktiv aktiv ähm geschaut hatte also damals wo ich ihn auch noch kannte da lief so Projekt und noch ähm das war da noch ähm lass mich kurz unterlegen da war da noch ähm 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 Harry Potter hat man nicht vergessen Harry Potter hat man nicht vergessen und noch ähm ähm so ein 2 3 3 3 ok BAM Superkick ähm was hat er noch gebracht Harry Potter dann hatte er gebracht und das wird jetzt schwer ähm Half-Life das ist ziemlich schwer also wenn man hier seine wenn man hier nicht mehr alles hundertprozentig weiß und dann nochmal überlegen muss dann mit hin hin nimm er jetzt nicht böse dass ich jetzt nicht alles weiß aber ja er hat auch eigentlich soweit ich weiß gute Ideen aber 2 ähm du 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 er objektiv um what the fuck der stelle der stelle der stelle der stelle der stelle der stelle der er hebert die 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 dann sieht ja nochmal sich schritt die den Gegner auf den brennenden Tisch werden können und um drauf liegen können bitteschön nichts zu danken also manche immer wieder gerne ob weiteres Resting mal wieder kommen wird keine Ahnung aber jetzt von Liko aber ich würde ihn auch erraten dass er einfach das machen soll was Spaß macht macht er auch finde ich gut dass er schon das macht was ihm auch wirklich Spaß macht er nicht irgendwie so was macht was ihm nicht Spaß macht AHHHHH ICH BRENNE ICH BRENNE ich hab Michael's wie begrittet GERG 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 Möller und Möller was wenn ich jetzt noch mal die Schulter und dann brennt er nicht mehr ich werde den Tisch jetzt ein Brenn kriegen das sage ich schon mal jetzt Projekte von Diko Roth ich hatte ich hatte bei Diko eigentlich Champions League oder so aufgenommen aber ja die Parts habe ich ja nicht mehr auf meiner Festplatte und Diko sollte mir die eigentlich schon längst wieder schicken hat er aber immer noch nicht getan aber ich nehme es ihnen ja nicht böse deswegen ist es ja auch nicht schlimm denn wenn man keine Zeit hat dann hat man keine Zeit ja würde ich ja auch was anderes aus mir machen dann hätte ich ja auch Zeit will ich nicht die ganze Zeit ersetzen und Youtube-Videos machen ja ja aber ich mache es ja weil es mir Spaß macht so jetzt erstmal hier kommen Shawn Michaels will hier seine Switcher Music zeigen ich kommentiere jetzt einfach das Match zum Ende hin ähm wie alt ist jetzt Diko ähm ah fuck äh ich glaube 18 nee keine Ahnung 17 18 irgendwie so ich weiß nicht ja Schublage gewinnt ähm halt nicht so wie es in echt war denn schon Michaels hatte gewonnen Schublage hatte ihn auch angegriffen und ja nochmal herzlichen Glückwunsch zu deinem Geburtstag, Nicole und ja ja falls du noch irgendwann weiter mit Youtube machst freu ich mich darauf schon und dann würde ich einfach sagen wir sind einfach am Montag wieder bei dem neuen Projekt und ja ich kann es ja schon mal hier ankündigen es ist das 2K Showcase Projekt ich werde erstmal mit der Hustle Loyalty & Disrespect Storyline anfangen da diese Triple H gegen Shawn Michaels Storyline finde ich halt besser und das Beste kommt zum Schluss und danach kommt Who Got NXT da musste ich grad aufschossen ja Who Got NXT und dann kommt auch vielleicht ein Universe Mode ich bin mir nicht sicher wie ich das machen werde ich werde vielleicht ein Universe Mode machen falls ich darauf Bock habe denn Nicole hat mir gezeigt dass das Spiel doch nicht so scheiße ist aber trotzdem das Spiel ist noch ein bisschen scheiße aber trotzdem man könnte es ja noch irgendwie schöner machen ich würde einfach mal sagen wir sind uns einfach im nächsten Video und ja herzlichen Glückwunsch die Gäste